Ich bin Minecraft Fire-Odd. Nein, ich Fire-Odd über ein Adventure-3M. Ja. Oh, schön groß. Anscheinend besteht eine Verbindung zwischen den Gedanken und Gefühlen des dunklen Lords. Also, wenn man Höhen findet, sind die groß, aber... ...ins Chaos stürzen. In der Vergangenheit hat sich der dunkle Lords gut Spaß daraus gemacht, die Köpfe seiner Opfer einzuhalten und Visionen zu erzeugen, wie sie derart der Kontakt haben, dass sie wahnsinnig wurden. Erst wenn er das letzte, köstliche Quäntchenleiden aus ihnen heraus gekitzelt hatte, wenn sie den Tod bettelten, machte er ihrem Leben schließlich ein Ende. Bei richtiger Anwendung bietet die Macht der Automobilität zum Schutz von Eindringen und Beeinflussung von außen. Im Zuge dieses Unterrichts werde ich mir alle Mühe geben, in Ihren Geist einzuteilen. Sie werden sich alle Mühe geben, zu widerstehen. Machen Sie sich bereit. Ich bin auch drei, 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 drei. Verstehen Sie sichern, nachdem Sie dieses Unterricht wird. So, da kann man Hörspiele nicht so hecken. Könnte man auf Leise stellen, ja. Du bist nicht so heftig. Oh, ja. 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 Danke. Danke. Schön dich eins zu haben. Zu Dating. Rechtes Dating. Danke. Habt ihr alles? Ich bin bereit. Tore. Lief mir unser Gass. Auf Mr. Harry Potter. Ohne das Zutun ich nicht hier am Tisch setze. Auf Harry. Auf Harry. Auf Harry. Und so. Äh, 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 äh. Ja. Ja, Stewie. Oh, ihr seht das Herz. Ja, ist er. Oh, sie meint, dass er Snape in Ruhe lässt. Ja, Heavys Vater hat Snape immer runtergezogen. Ja, das kommt doch auch vor. Oh, nee. Nicht so ein Käfig, du kostest wieder extra viel Inventar. Neuerdings kann dauern. So ein Zorn in mir. Na ja. Was ist denn nach allem, was ich durchmachen musste, etwas schief läuft? In einem Engel und was... Ja, das ist klasse. Ich möchte, dass du mir aufmerksam zugehörst, Harry. Du bist kein böser Mensch. Du bist ein sehr guter Mensch, dem Böses widerfahren ist. Hast du verstanden? Außerdem teilt sich die Welt nicht in. Gute Menschen und Todeser, wir haben alle sowohl eine Hände als auch eine dunkle Seite in uns. Es kommt drauf an, welche Seite wir für unser Handeln aussuchen. Was macht uns wirklich aus? Ich muss sein Kreativ. Das nenne ich hier auch Abregen. Wir müssen los. Das nenne ich hier auch Abregen. Das nenne ich hier auch für mir leid. Ich sage das als letztes Mal. Ich verlange zu erfahren, wo Sie gewesen sind. Habe ich Ihnen doch gesagt? Ich war wegen meiner Gesundheit weg. Gesundheit? Ja. Bische Luft. Sie wissen schon. Oh ja. Da Sie als Wildhüter arbeiten, verspüren Sie bestimmt chronischer Frischluftmangel. Ich würde mich an die Krasse stellen, wenn ich zu sehr überein gewöhne, nicht glauben, dass ich mir die Mühe des Auspackes schenken würde. Das ist streng vertraut. Na, Dumbledore hat mich geschickt, um mit den Riesen zu fahren. Riesen? Hast du welche gefunden? Na ja, die sind ja schwer zu übersehen, wenn man mal ehrlich ist. Na ja, die sind ja schwer zu übersehen, wenn man mal ehrlich ist. So groß wie die sind. Ich wollte sie überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen. Aber ich war nicht der Einzige, der probiert hat, sie für sich zu gewinnen. Und Odessa? Ja, die wollten sie überlegen. Ihr wisst schon, wem zu folgen. Und die Riesen? Ich habe ihnen Dumbledore's Botschaft übermittelt. Ein paar haben wohl noch gewusst, dass er freundlich zu ihnen war. Vermutlich. Und haben die dich so zugerichtet? Oh, nicht direkt jedenfalls. Na, hier, dann nimmst doch, du Verpenterung.